Herzlichen Dank, guten Morgen. Ja, das waren gerade ein paar Bilder zur Erinnerung über die Grünen, aber wir haben natürlich auch noch ganz andere Bilder im Kopf. Einmal waren das die DDR-Bürger, die in den Westen drängten, die Trabi-Schlangen und dann gab es da eben noch etwas, die Westdeutschen, die an den Straßenrändern standen und die Banane verteilt haben. Und die Banane wurde dann einmal mehr, das gab es früher auch schon, aber sowas wie ein Wohlstandsversprechen, eine Verheißung. Aber die Banane, das hatte natürlich auch alles sehr, sehr viel von Klischee, die Banane wurde dann aber auch zu einem Symbol für die Konsumgier der damaligen Zeit. Konsumgier, was ist denn daraus eigentlich heute geworden? Die Umwelt kann nur gerettet werden, wenn wir alle weniger konsumieren. Das ist ein Satz, der in der Umfrage des Umweltbundesamtes zum Umweltbewusstsein 2014 gestellt worden ist und 64 Prozent der Befragten haben dieser Aussage zugestimmt. Aber steuern wir tatsächlich gegen? Nun ja, ist das nicht doch eher eine Sache der Einzelnen oder hat die Politik da auch eine Aufgabe? Darüber wollen wir jetzt reden. Den Titel haben Sie gerade schon mal gehört, aber ich heiße Sie auch noch mal herzlich willkommen zur Veranstaltung Alles Banane, das grüne Verhältnis zu Konsum und Lebensform. Und wir reden darüber mit diesen Gästen, nämlich mit Katrin Rönnecke. Sie ist Autorin und Podcasterin. Ihr Vater ist geflohen 1987 aus der DDR und Sie sind dann mit Ihrer Mutter 1989 noch vor der Wende nachgekommen. Sie sagen, ich bin die ersten sieben Jahre in einer Mangelwirtschaft groß geworden, ohne aber das Gefühl von echtem Mangel. Man kann, das habe ich damals gelernt, mit viel weniger Auskommen, als wir immer so meinen. Herzlich willkommen, Katrin Rönnecke. Neben mir sitzt Reinhard Loske, den kennen Sie, Professor für Nachhaltigkeit und Transformationsdynamik an der Universität Witten-Herdecke. Sie waren mal Umweltsenator in Bremen, zuvor stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag und auch deren umweltpolitischer Sprecher. Sie fordern, und das schon seit langem, den Abschied vom Wachstumszwang, so sagen Sie. Und Sie sagen, es ist falsch, nur über Green Consumption zu reden. Schön, dass Sie da sind. Reinhard Loske, herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite haben wir Peter Unfried, Chefreporter der Taz und wie ich, darüber bin ich sehr froh, Chefredakteur des Taz-Magazins CO2. Wundern Sie sich nicht, wir arbeiten zusammen, also duzen wir uns auch. Peter, du forderst eine neue Klimakultur und du sagst, lebbare Modelle der Klimakultur sind Modelle der persönlichen Inkonsequenz. Sie überwinden die absurde Parallelexistenz von theoretischer Hochmoral und realem Scheißegal zugunsten einer provisorischen Moral. Freut uns, dass du da bist. Peter Unfried. Und gekommen ist Theresa Kalmer, Bundessprecherin der Grünen Jugend. Sie ist Mitglied im Koordinierungskreis Grün-Links-Denken und in anderen Gremien auch. Sie hat studiert Philosophie und Politikwissenschaften an der Uni in Halle, an der Saale. Gerade im August ist sie fertig geworden und fängt direkt mit dem nächsten Studium an. Stadtplanung und Regionalplanung an der TU hier in Berlin. Sie sagen, Konsumkritik ist keine Individualgeschichte, sondern eine Frage des Systems. Das erinnert ein bisschen an das, was wir vorhin schon im Film gesehen haben. Theresa Kalmer, herzlich willkommen. Mittlerweile bestätigen ja alle Klimawissenschaftler, es ist einfach richtig, über das Wetter oder über das Klima zu reden, so wie es die Grünen West schon 1990 getan haben. Als sie plakatierten, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter, damals kam das nicht so gut an. Die Frage ist, wie ist das eigentlich heute und was ist in den letzten Jahren passiert? Welche Fehler sind da gemacht worden und was war denn eigentlich gut? Wie steht es um das grüne Verhältnis zu Konsum und Lebensformen? Katrin Rönnecke, lassen Sie uns anfangen. Sind die Grünen einfach Besserwisser, Besserwisser, die einem ins Leben reinreden und tausend Kleinigkeiten regeln wollen? Ja, Besserwisser ist immer so ein fieses Wort. Das wird dann von denen angewendet oder benutzt, die sich dann als schlechter Wisser fühlen. Und ich habe oft bei den Grünen das Gefühl gehabt, dass die Zeit einfach noch nicht so weit war. Das ist eigentlich in allen Themenbereichen immer das Problem gewesen. Es gab ja auch die Debatte um fünf Mark für den Liter Benzin. Das war ja dann die zweite große Wahlschlappe. Und ich glaube trotzdem, dass man auch als politische Partei nicht hinter seine Überzeugungen und Ideale zurück kann. Das ist einfach so. Das habe ich auch in ganz vielen Debatten immer wieder erlebt, dass dann auf der einen Seite diejenigen stehen, die sagen, ja, wir müssen ja realpolitisch denken und pragmatisch sein. Wir wollen ja auch irgendwie in die Parlamente. Und andere auf der anderen Seite, die stehen, die eben an ihren Überzeugungen und Idealen festhalten. Und ich glaube, dass sich eine Gesellschaft noch nie dadurch verändert hat, dass eine politische Bewegung hinter ihre Überzeugung gegangen ist und gesagt hat, okay, das ist jetzt einfach nicht das, was die Leute hören wollen. Sondern wir haben ganz oft gesehen, also gerade das Klimathema ist ein super Beispiel. Ich habe, glaube ich, vor 2005, also vor zehn Jahren angefangen, in das Netz reinzuschreiben und erinnere mich an Blogbeiträge über genau den Klimawandel. Da waren dann noch sehr viele vehemente Äußerungen von, ja, das ist alles Quatsch und dass es grüne Panik mache und das wird alles überhaupt nicht passieren. Und allein in diesen letzten zehn Jahren hat sich so stark diese ganze Herangehensweise gewandelt. Also wir sehen mittlerweile eine CDU-Kanzlerin, die das Thema ernst nimmt. Das heißt nicht, dass sie irgendwas tut. Also das ist ja so ihre Spezialität, dass sie Dinge verbal ernst nimmt und dann aber irgendwie verharrt und eben diesen Pragmatismus an den Tag legt. Aber da verändert sich eben was. Und deswegen bin ich absolut überzeugt davon, dass man im Zweifel auch mal eine Wahlschlappe einstecken muss, wenn einem ein Thema wichtig ist, aber nicht hinter das eigene Wissen. Und man weiß es halt besser. Also wir wissen ja rückblickend, dass wir es besser gewusst haben. Ja, es ist einfach eine Tatsache. Peter Unfried, du schreibst auch sehr, sehr viel ins Netz. Hat sich tatsächlich etwas verändert? Oder wenn du eine Klimakultur forderst, kriegst du dann auch Mails von Leuten, die sagen, was ist das denn für ein Ökospinner? Und die zweite Frage ist, wie radikal muss denn eine Partei tatsächlich sein? Kann die sich eine Wahlschlappe nach der anderen erlauben? Erste Frage. Es gibt leider viel zu wenig Resonanz. Ich würde sagen, das ist das Problem. Das, vor allem wenn man differenziert argumentiert, tut sich relativ wenig, sondern es wird eher auf Empörungsimpulse reagiert. Dann ist die Diskussion in der Regel kaum noch zu handeln. Veggie Day ist ja irgendwie das beste Beispiel dafür. Und das Zweite ist, das muss man natürlich, also ich meine, das klingt jetzt blöd, aber das muss man natürlich in der Realität sozusagen ausmessen, wie radikal man sein kann. Also ich kann gleich mal das schönste Beispiel nehmen. Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, ist von 62,8 Prozent der Bevölkerung gewählt, ist für 100 Prozent zuständig. Der wird natürlich in seiner Realität in Tübingen eine andere Politik machen, als man sie sich wünschen würde, wenn man Papiere verfasst. Reinhard Lorske, dann sagen Sie doch mal, wie realpolitisch muss denn eine Partei sein? Es gibt ja dieses große Unbehagen in der Bevölkerung. Es gibt die Wachstumskritiker wie Nico Pech, die sozusagen so Popstars der Bewegung sind. Wie stark kann da eine Partei andocken? Ich würde, wenn Sie erlauben, kurz noch auf den Beitrag von Frau Rönneke eingehen und den ein bisschen widersprechen. Und zwar hatten Sie gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass damals 1998 der Beschluss für 5 Mark pro Liter Benzin die zweite Wahlschlappe der Grünen ausgelöst hat. Anknüpfend an die erste Wahlschlappe 1990, die dazu geführt hat, dass die Westgrünen nicht ins Parlament kamen. In Wahrheit war es so, das wissen Sie natürlich auch, das soll uns nicht belehrend wirken, in Wahrheit war es so, dass wir 1998 in den Bundestag einzogen, nicht nur mit einem einigermaßen anständigen Ergebnis, ich glaube 7 Prozent oder 6,7 oder so was, und die Regierung bilden konnten. Und dann kamen vier ganz, ganz schwere Jahre, weil die ökologische Steuerreform, der Atomausstieg, die Staatsbürgerschaftsrechtsmodernisierung, die Lebenspartnerschaftsmodernisierung waren ganz strittige Themen. Wir standen mit dem Rücken an der Wand. Wir haben zwischen 1998 und 2002 alle Landtagswahlen verloren, in Reihe. Und dann kam 2002 die Wahl. Und die Vorstellung war eigentlich, die werden abgewählt. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Und dann kam die Flut. Es kam natürlich der Irak-Krieg, der Marktplatz von Goslar, als Schröder sagte, wir machen da nicht mit, das war ein starker Faktor. Aber der zweite Faktor war, dass die Flut kam. Und da ganz, wo Sie herkommen, Sie kommen aus Halle-Wittenberg oder aus Wittenberg. Es war sogar so, dass meine Eltern direkt davon betroffen waren. Die sind 2002 wieder zurückgegeben. Und dann kam die Flut. Und dann war es plötzlich so, dass das Thema Ökologie und Klimawandel eines der beiden Top-Themen der Wahl war. Und da plötzlich im Nachhinein, obwohl wir mit unserer ökologischen Steuerreform, und für die ich verantwortlich war und für die ich aus dem einen oder anderen Kampf geführt habe und eine Menge Prügel eingesteckt habe, nach dem Motto, das reicht ja alles gar nicht, standen wir plötzlich als die ökologisch glaubwürdige Kraft da, zogen gestärkt in den Bundestagswahlkampf ein und wurden trotz dieser miserablen Prognosen im Jahr 2002 wiedergewählt. So, ich sage das nicht, um Sie zu belehren, das war überhaupt nicht so gemeint, sondern nur, um nochmal zu sagen, manchmal ist man mit bestimmten Positionen hoffnungslos outdated und am anderen Mal ist man mit der gleichen Position plötzlich absolut avantgardistisch. Das ist ein Plädoyer dafür, an seinen Überzeugungen festzuhalten. Da kann ich unmittelbar an Sie anknüpfen. Das habe ich nur nochmal versucht nachzuzeichnen, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Natürlich war das alles Realpolitik. Wir waren angefangen mit der Vorstellung, eigentlich müsste der Liter Sprit 5 Mark kosten. Und über 10 Jahre sollte das gehen, langsam sollte das gleitend eingeführt werden. Und wir haben argumentiert, wenn die Autos heute 10 Liter verbrauchen und der Liter Sprit kostet 1,50, dann zahlt man für 100 Kilometer 15 Mark. Und wenn man demnächst Autos hat, die nur noch 3 Liter brauchen und der Liter Sprit kostet 5 Mark, kann man trotzdem mit 15 Mark 100 Kilometer fahren. Das war so die Philosophie. Und wir kamen dann bei 3 Cent pro Liter raus jedes Jahr, also 6 Pfennig, insgesamt 30 Pfennig oder 15 Cent. Das entspricht manchmal den wöchentlichen Schwankungen der Benzinpreise, so wie sie heute sind. Aber Herr Loske, warum fordert das heute keiner mehr? Einen CO2-Aufschlag auf Benzin? Was ist da passiert? Ich glaube, dafür plädiere ich auch, dass die ökologische Steuerreform eine zweite Chance verdient hat. Vielleicht ein bisschen intelligenter, als wir es damals gemacht haben, weil wir viele ausgenommen haben und manches dann überkomplex geregelt haben. Aber ich glaube, dass die ökologische Steuerreform eine zweite Chance verdient hat und dass die Grünen gut daran täten, auf der Strecke weiterzuarbeiten und für die nächste Bundestagswahl etwas Anständiges zu präsentieren. Nicht nur das Thema Steuergerechtigkeit ist wichtig. Das ist wichtig, ganz klar. Aber mindestens genauso wichtig für eine ökologisch orientierte Partei ist natürlich die Ökologisierung des Steuersystems, der Abbau umweltschädlicher Subventionen, steuerliche Anreize für umweltgerechtes Verhalten und, und, und. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Und insofern glaube ich, in der Tat, also da kann ich unmittelbar an beide Vorredner anknüpfen, dass Glaubwürdigkeit ist das Hauptkapital auf der Strecke. Also dass man an den Überzeugungen, die man hat, auch wenn man den Vorwurf kriegt, man wäre ein Besserwisser, man wäre ein Miesmacher, man wäre ein Verzichtsapostel, man wäre ein Technikfeind und was weiß ich. Sie trotzdem an der Position, wenn man von ihr überzeugt ist, festhalten. Sie natürlich an die Zeit anpassen, das ist klar, man kann nicht einfach alles durchziehen, was man immer schon gesagt hat, aber die Grundüberzeugungen, wenn die erkennbar werden, brauchen die Grünen sich keine Sorge machen, glaube ich. Bei Theresa Kalmer braucht man nicht doch den richtigen Zeitpunkt. 1998 war es ja sogar so, dass die Bild am Sonntag getitelt hat, Grüne wollen das Fliegen teurer machen, weil Harlow Seibold gefordert hatte, dass man in fünf Jahren nur noch einen Fernflug machen solle. Das kam nicht sehr gut an. Die Süddeutsche Zeitung hat dann rumgeätzt und hat gesagt, wenn die jetzt auch noch an den Fußball ran wollen, die Grünen, dann werden sie im Herbst total verlieren. Das kam dann anders. Da ist es nochmal gut gegangen, 1998. 2013 ist es nicht gut gegangen mit dem Veggie Day. Das war ein richtiges Debakel. Da ging es nur um einen fleischfreien Tag in den Kantinen. Kann man sowas wie einen richtigen Zeitpunkt für Konsumkritik herausfinden oder wann ist auf jeden Fall der falsche Zeitpunkt? Als Politikerin muss man sich darüber ja Gedanken machen, wann gehe ich mit was wirklich raus? Weil sonst wird es Zufall, ob man als Öko-Avantgarde wahrgenommen wird oder womöglich auch als Versager. Themen nicht um den Zeitpunkt konkret geht, sondern um die Frage, wie verkaufe ich das? Wie vermittle ich das? Und ich glaube, bei dem Veggie Day war das große Problem, dass er plötzlich aufgeploppt ist. Es war nie großartig auf dem Schirm von irgendwelchen Leuten. Und dann musste man den plötzlich verteidigen. Und hat es aber meiner Meinung nach nicht sonderlich gut getan. Bei dem Veggie Day war halt das Problem, dass es halt viele Leute haben sich dadurch angegriffen gefühlt, haben gesagt, ja, jetzt wollt ihr mir auch noch das Fleisch auf meinem Teller verbieten. Und es ging aber eigentlich doch im Konkreten um was ganz anderes, meiner Meinung nach. Die Grünen haben halt damit eigentlich einen Vorschlag gemacht, in öffentlichen Kantinen die Möglichkeit zu geben, dass man da an einem Donnerstag zum Beispiel nur noch vegetarisches Essen verkauft. Dadurch halt auch vegetarische oder auch vegane Lebensweise so in die Gesellschaft zu tragen. Und das wäre eigentlich, ja, man hätte dadurch eigentlich eine Systemkritik geübt, meiner Meinung nach. Ja, man hätte vielen Leuten dann konkret zeigen können, ihr könnt es auch anders machen, aber wir wollen eigentlich auf einer ganz anderen Ebene was verändern. Und das wurde überhaupt nicht vermittelt. Und ich glaube, das war das größte Problem dabei, dass man das nicht verkaufen konnte. Und da bin ich dann auch bei dem Punkt von vorhin. Ich glaube, man braucht halt Visionen. Man braucht Visionen für Politik. Und das ist natürlich nicht immer einfach, die auch immer nach vorne zu stellen und auch immer für die zu kämpfen, weil es natürlich auch andere Leute gibt, die dagegen was haben und die einem da auch aufhalten wollen. Und es ist aber die Frage, wie man da zusammensteht und wie man da halt auch visionäre Politik macht, die halt nicht nur immer sich im Konkreten, im Kleinen, im Jetzt anschaut, was können wir heute verändern, sondern was können wir auch morgen verändern und auch große Fragen stellt. Peter Unfried behauptet ganz häufig, nee, das geht auch an Theresa Keimer, aber dass die Grünen da nicht nur ein Vermittlungsproblem haben, sondern dass sie womöglich ein Bewusstseinsproblem haben, nämlich dass sie sich für die Ökomoderne an sich gar nicht interessieren, sondern eher nur so für emanzipative Fragen. Was entgegnen Sie ihm? Können Sie direkt machen? Dass sich Grüne für die Ökomoderne gar nicht mehr interessieren, sondern nur noch für emanzipatorische, ich glaube schon, dass sich Grüne auch für die Ökomoderne, was auch immer, was verstehen Sie konkret unter Ökomoderne? Im Grunde, ich habe das nicht ganz so gesagt, sondern ich habe gesagt, bei den Grünen war es grundsätzlich so, dass man sich für Minderheiten engagiert hat und das Missverständnis bestand darin, dass man den Öko genauso für eine Minderheit gehalten hat wie andere Minderheiten, die man repräsentiert hat und nicht gesehen hat, dass es hier um Kollektivgüter geht. Das war meine Position. Ich glaube halt, dass Grüne oft das Problem haben, dass man halt, man hat viele Ökos auch in der Partei, wenn man sich dann anschaut, auch mit welchem Lebenshintergrund viele auch ökologische Politik machen, dass da dann oft eine große Diskrepanz entsteht und man da dann auch für eine Minderheit insofern Politik macht, weil man halt auch gerade bei solchen Forderungen meiner Meinung nach immer mitdenken muss, welche Menschen spricht man eigentlich damit an und welche Menschen schließt man eigentlich durch solche Forderungen konkret aus. Und ich glaube halt viele, und das ist auch eine große Herausforderung für grüne Politik, diesen Spagat zwischen, wir wollen die Welt ökologisch und sozial gerecht und nachhaltig gestalten, aber wir wollen auch alle mitnehmen, vor allem halt auch zum Beispiel sozial Schwache mitnehmen, die sich halt gewisse Dinge heute noch gar nicht leisten können und die sich dadurch nochmal konkreter angegriffen fühlen, wenn man sagt, ja jetzt dürft ihr gar kein Fleisch mehr essen oder das Fleisch muss teurer werden, der Flug muss teurer werden, das Auto muss teurer werden, die sich halt freuen, einfach mal einen Tag auch Auto zu fahren oder auch einmal sich für zwei Euro ein Fleischstück zu kaufen. Schnell wird man dann sauertöpfisch. Ich glaube, wir müssen nochmal kurz den Blick zurück auch machen. Peter, 1992 kam mit dem Weltgipfel in Rio der nachhaltige Konsum eigentlich erst auf. Dann gab es so Kaufnix-Tage, irgendwann wurde Renate Künast auch Verbraucherministerin, Jürgen Trittin wurde bekannt als Dosenpfandminister, Naomi Klein schrieb dann irgendwann No Logo, dann gab es Internetportale wie Utopia und Karma-Konsum. Aber irgendwie hat man das Gefühl, so richtig viel ist davon nie geblieben. Das war alles sehr, sehr kurzlebig. Woran liegt das? Was ist da in den 25 Jahren passiert? Also meine These ist im Grunde, dass man das falsche Instrumentarium angelegt hat. Das habe ich gerade versucht anzudeuten. Also im Grunde, dass die Grünen eine Partei sind, die individualistische Freiheitsbewegung stark vorangebracht haben in unterschiedlichen Bereichen. Also es ist ganz viel passiert, große Errungenschaften. Aber es ist ihnen nicht gelungen, in diesem Bereich, also der Ökologie, auch verbunden mit dem ökologischen Lebensstil, entsprechend genauso große Erfolge zu erzielen. Und das liegt eben daran, dass es einerseits mit diesem moralischen Impetus nicht funktioniert. Und zum Zweiten, dass das eben eine Mehrheitssache ist und keine Minderheitensache. Also man kann das nicht mit Anderssein machen, sondern man muss im Grunde einschließen und nicht ausschließen. Und das hat man Morales für mich, also meine Erkenntnis inzwischen ist, wenn sie absolut angewandt wird, ein Ausschlusskriterium. Und ich habe eben den Begriff der Kultur, also Klimakultur, dagegen gesetzt, weil ich glaube, wenn das habituell ist und losgelöst von diesem Absoluten, bin ich ein guter, bin ich ein böser Mensch, sondern ist das gut für mich, mache ich das gern, machen die anderen das auch, dass man damit größere Erfolge erzielen kann. Zwei Sachen noch ganz kurz. Also im Wesentlichen geht es irgendwie darum, man darf Lebensstil nicht überschätzen, aber man darf es auch nicht unterschätzen. Also meine These ist, mit Lebensstil kann man natürlich die Welt nicht verändern, weil dafür braucht es Ordnungspolitik. Aber um Ordnungspolitik zu bekommen, brauchst du eine Gesellschaft, die diese Ordnungspolitik einfordert. Und wenn du das über Moral machst, dann bleibst du eben in einem 10%-Ghetto. Und meine Hoffnung ist, dass wenn man das kulturell, sagen wir, emanzipieren, als kulturelle Emanzipation machen kann, und dass man dann auch eine Mehrheitsbewegung tatsächlich schaffen kann. Und der Veggie Day, letzter Satz noch, ist im Grunde ein Beispiel für mich dafür, wie wichtig tatsächlich der Lebensstil ist bei Wahlen. Denn das hat die Wahl mitentschieden. Wir hätten möglicherweise eine andere Bundesregierung, wenn das nicht gewesen wäre. Es gab auch noch andere Gründe, aber auch wenn das nicht gewesen wäre. Und das heißt aber, es wird wahnsinnig wichtig genommen, aber als Zumutung verstanden und nicht als etwas, warum man eine Partei wählt, sondern warum man eine Partei nicht wählt. Auch als Freiheitsentzug? Ja, natürlich, weil diese Diskussion über die Moralschiene irgendwie eingefiltert wird und dann wird das sofort irgendwie in diesen alten Denkmustern verortet. Und da kann man gar nicht anders als irgendwie. Ich als Individualist sehe das natürlich als Gefahr für meine Entfaltung, klar. War das über die 25 Jahre immer gleich oder hat sich der Freiheitsbegriff verändert? Der ökologische Freiheitsbegriff? Na, ich würde sagen, er hat sich, also meine These ist, dass während wir in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft wahnsinnige Emanzipationsbewegungen hatten und haben, haben wir in diesem Bereich, obwohl wir so tun, als wäre das so, haben wir nicht eine entsprechende Emanzipationsbewegung gehabt. Also die Vorstellung, in diesem Land wäre doch alles grün und alle Parteien irgendwie hätten das doch jetzt in ihrem Programm und jeder würde doch seinen Müll trennen. Das ist doch der größte Bullshit aller Zeiten. Also das ist doch überhaupt nicht, wir haben überhaupt keine Kultur in diesem Bereich und wir brauchen eine Kultur. Rainer Gloske, ist da Ihre Politik verpufft? Sie waren ja lange umweltpolitischer Sprecher. Der Partei, was ist da passiert? Wir hatten früher mal Zeiten mit Recyclingpapier in Schulen, Nicaragua-Kaffee in Mensen und so. Da hatte sich ja einiges getan, auch zu den 90er, Anfang der 90er Jahre. Was ist dann im Laufe der letzten 25 Jahre passiert? In welche Richtung ist die Konsumkritik gegangen? Große Frage. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Veggie-Day, obwohl ich da nicht drauf rumreiten will. Ich bin ja auch schon seit einiger Zeit nicht mehr in der aktiven grünen Politik, muss man ja auch sagen. Insofern beobachte ich das auch mehr so. Der Veggie-Day war dumm. Er war zu harmlos. Eigentlich war er viel zu brav. Diejenigen, die die Grünen sowieso nicht leiden können, die haben gesagt, aha, jetzt wollen wir uns noch bis auf den Teller durchregieren. Mit diesen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Das sind Freiheitsfeinde. Diejenigen, die wissen, wie krank unser Agrarsystem, unser Ernährungssystem wirklich ist, haben gesagt, Mensch, das sind doch Kinkerlitzchen. Veggie-Day, Mindharten kann man machen. Haben wir damals in Bremen übrigens eingeführt, war überhaupt kein Thema. Alle waren dafür. Über die Bürgerstiftung haben wir das laufen lassen und nicht über die Parteien. Vernünftigerweise. Das ist auch eine Sache, die viel besser ist, wenn die aus der Gesellschaft kommen. Was wäre denn dann klug gewesen? Was hätte da stehen sollen? Moment, ich will nur eben kurz den Gedanken zu Ende finden. Dann komme ich zu Ihrer Frage, auch zu der ersten Frage. Und die wenigen wertkonservativen Wähler, die die Grünen noch haben, die haben gesagt, da sieht man es mal. In ihrer eigenen Kultur, da gibt es jede Menge Anknüpfungspunkte für den fleischlosen Freitag oder die Fastenzeit. Da haben sie noch nie ein positives Wort drüber verloren. Aber der Veggie-Day, da springen sie drauf. Das heißt, man konnte es keinem Recht machen. Denen, die die Grünen sowieso nicht leiden können, die, die wissen, wie krank das System insgesamt ist, denen war es nicht genug. Und die anderen waren der Meinung, naja, die sollten vielleicht auch mal ein bisschen in ihre eigene Kultur stöbern, wo man Anknüpfungspunkte für maßvollere Lebensstile findet. So, und jetzt zu der Frage, was wäre denn richtig gewesen? Aber die will ich mit ihrer ersten Frage verknüpfen. Wie hat sich das entwickelt über die Zeitachse? Wenn man guckt in der Geschichte, das kann man in der Ökologiebewegung insgesamt sehen, nicht nur bei den Grünen. An deren Wiege standen Industrialismuskritik, Wachstumskritik, Konsumkritik. Sehr radikal. Namen wie Karl Ammerie, Rudolf Barrow und viele andere. Auch Petra Kelly auf ihre Weise. So, und dann erfuhr man den Vorwurf, man sei Miesmacher, Verzichtsapostel, Technikfeind etc. Und adaptierte sich dann so Schritt für Schritt und entwickelte technische Konzepte. Die Energiewende, die Verkehrswende, die Landbauwende, die Chemiewende und so weiter und so weiter. Das waren alles Technologiekonzepte, die im Prinzip auch gut waren und wichtig waren, um anschlussfähig zu werden an die Hauptdiskurse. Aber sie haben systematisch diese Frage nach dem richtigen Leben oder nach dem guten Leben ausgeklammert, weil man eben diesen Vorwurf und man wolle den Leuten vorschreiben, wie sie zu leben haben, wegdrücken wollte. Und man hat sich dann nur auf diese Technologiekomponente oder jetzt neuerdings heißt es ja grünes Wachstum oder Green New Deal kapriziert. Grüne Märkte, grüne Technologien, grünes Wachstum. Und damit hat man eine ganze Dimension. Und da würde ich durchaus an Peter Unfried anknüpfen. Nämlich die kulturelle Dimension hat man schlicht und einfach ausgeblendet. Und die ökologische Krise ist natürlich in ganz hohem Maße eine soziale und eine Kulturkrise. Das muss man ganz klar sagen. Der Natur, wenn man ihr mal Subjektcharakter zuschreibt, die es seit viereinhalb Milliarden Jahren gibt und die es wahrscheinlich noch ein paar Milliarden, ist es völlig wurscht, was wir hier für ein kleines Intermezzo geben. Die Natur hat keine Krise. Es gibt keine Naturkrise. Es gibt aber eine Krise des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur. Und deswegen diese soziale Dimension oder kulturell meint halb auch als umfassenderen Begriff, die so stark auszublenden, das war ein schwerer Fehler der Grünen. Muss man ganz klar sagen. Und jetzt letzter Gedanke, ich will nicht zu lange reden. Wir haben es systematisch gelernt, auch aus diesem Abwehrdiskurs heraus, dass man eben nicht kompetent wäre in Wirtschaftsfragen, die ökologische Frage und die Wirtschaftsfrage zu verknüpfen. Also Zukunftsmärkte, grüner Strukturwandel, ökologische Modernisierung als Jobmotor, als Exportchance, Energiesicherheit und so weiter. Das haben wir systematisch gelernt. Da sind die Grünen auch gut geworden in der Ökologiediskussion insgesamt. Aber wir haben systematisch unterlassen, die soziale und die ökologische Frage oder die kulturelle Frage und die ökologische Frage zu verknüpfen. Ist auch nicht so einfach, muss man ja auch mal sagen. Ist ja nicht so, dass alle Antworten da auf dem Tisch liegen. Aber das ist das große Defizit, was ich dem Grünen erfolge. Wir müssen jetzt doch noch mal ganz kurz sagen, dann kommen wir noch mal auf den Rückblick zurück. Aber die Heinrich-Böll-Stiftung hat gerade in dieser Woche eine Studie vorgestellt, wo es heißt, Wachstum und Energieverbrauch lassen sich tatsächlich entkoppeln. 2014 war das Jahr mit einem Wirtschaftswachstum, in dem erstmals der Energieverbrauch zurückgegangen ist. Ist das denn falsch? Als Statistiker würde ich zunächst mal sagen, aus einer Zeitreihe, die 50 Jahre zurückgeht, ein Jahr lang rauszunehmen und sagen, da haben wir es aber anders gehabt. Also das ist grotesk. Das muss man ganz klar sagen. Also die großen Klimaschutzmaßnahmen der Vergangenheit waren der Zusammenbruch der Sowjetunion. Da hat es einen Niveauverschiebungseffekt gegeben. 1990, da sind ein paar Prozent runtergegangen und die Finanzkrise 2007, 2008, da ist auch noch mal richtig runtergegangen. Aber jetzt sind wir wieder auf dem anderen Pfad. Und dass man viel entkoppeln kann, ja nun, das ist ja die ganze Arbeit, die man gemacht hat. Also ich jedenfalls im Wuppertal-Institut war natürlich auch über Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, natürlich den Energieverbrauch und den Ressourcenverbrauch von der Entwicklung des Brunnen- und Inlandsprodukts so weit wie möglich abzukoppeln. Aber da gibt es Grenzen. Da gibt es ganz klar Grenzen. Ich will jetzt den Rebound-Effekt nicht theoretisch beschreiben. Aber alles, was wir an der technischen Effizienzfront gewonnen haben, ist in der Vergangenheit aufgefressen worden durch Wachstumseffekte. Also uns ist eine relative Entkoppelung gelungen. Also die Wirtschaft ist so gewachsen und der Ressourcenverbrauch so. Aber dass man das so entkoppeln kann, dass das weiter nach oben geht, das BIP, und der Ressourcenverbrauch um 80 Prozent runter, das ist sehr unrealistisch. Jedenfalls wäre es grob fahrlässig, alles auf diese Karte zu setzen. Vielleicht sollten wir es so sagen. Kathrin Rannicke, Renat Loske sagt, ohne Wachstumsverzicht geht es nicht. Aber das ist ja nun ein Wort, das hört man in Deutschland wirklich nicht gerne. Sie selber sagen, Sie sind in einer Mangelwirtschaft aufgewachsen. Das war gar nicht so schlimm. Sie schreiben über die Unterschiede zwischen Ost und West und sagen, dass die 25 Jahre Wiedervereinigung die soziale Prägung also einfach nicht wettmachen, sondern dass es immer noch Unterschiede gibt. Was heißt das für die sozial-ökologische Transformation? Was heißt das im Osten? Was heißt das im Westen? Welche Unterschiede gibt es da, auch die sozial-ökologische Transformation mitzutragen? Also zuerst muss ich erst mal sagen, dass ich immer von mir spreche und nicht von den Ostdeutschen, weil wenn ich gucke, wie in Ostdeutschland zum Beispiel die Grünen dastehen und wie in Ostdeutschland auch auf die Grünen reagiert wird. Also bei diesen ganzen Landtagswahlen und den ganzen Vorschlägen, die die da machen, da ist ein wahnsinniger Widerstand gegen die, ja, also gegen diese, also es wird als übergriffig empfunden auch. Die wollen uns überall reinreden und das möchten wir nicht. Also da gibt es eigentlich nicht den Ostdeutschen, der jetzt irgendwie konsumkritisch ist, sondern das bin dann halt ich, weil ich bestimmte Dinge einfach aus meinem eigenen Leben und aus meiner eigenen Erfahrung mitgenommen habe. Ich hatte halt irgendwie diese ersten sieben Jahre in Ostdeutschland und ich hatte verglichen mit dem, was wir heute haben, also was auch ich zu Hause in meiner Familie habe, müsste man eigentlich sagen, wir waren arm, ja, also wir hatten nichts, ja, aber das, das habe ich nie so empfunden, das haben auch meine Eltern nicht so empfunden, das hat eigentlich in meinem ganzen Umfeld niemand so richtig so empfunden, sondern man hat sich halt eben geholfen, wo man irgendwie konnte und sehr viel improvisiert. Ich will es auch nicht schönreden, es gab viele Dinge, die absolut scheiße waren, ja, also wo man sich auch gedacht hat, das ginge auch noch besser, sondern ich bin dann halt in den Westen gekommen und da war das genaue Gegenteil, also das andere Extrem und eine Bekannte von mir, Antje Schrupp, sagt immer, das Gegenteil ist genauso falsch, ja, also ich will nicht zurück in die Zustände von Ostdeutschland, sondern ich möchte eigentlich so ein bisschen gucken, was kann man da vielleicht lernen oder was könnte man da gelernt haben und für mich habe ich einfach gelernt, immer wieder zu hinterfragen, brauche ich das jetzt wirklich? Ja, also da bin ich auch so ein bisschen geprägt von Ihnen, Herr Loske, ich habe Sie auch mit dem ersten McPlanet-Kongress gesehen, wie Sie damals schon gesagt haben, es führt keinen Weg daran vorbei, dass wir weniger konsumieren, wir müssen aufhören, die ganzen Ressourcen zu verbrauchen und das ist eben genau das, was ich dann verbunden habe mit dem, ja, es geht ja auch, wenn man wenig hat, dann kommt man ja trotzdem irgendwie klar und was man lernen muss und das ist eben das Schwierige, gerade auch in der sozialen Frage ist, wie kommt man denn eigentlich gut mit weniger klar und das ist eine große Bildungsaufgabe, weil da steckt ganz viel Wissen dahinter, was man erstmal erwerben muss. Es geht, dass man sich auch, wenn man wenig Geld hat, gut ernährt, also dass man gute Lebensmittel oder auch ökologischen Strom oder verschiedene Arten und Weisen das Verzicht so ummünzt, dass man sich gute Sachen leisten kann. Es ist nur eine Frage, ja, ist mir das bewusst, reflektiere ich das überhaupt, ist mir das wichtig? Das heißt, wir stehen hier vor einer ziemlich großen Bildungsaufgabe eigentlich, das ist ja auch gemeint mit ökologischer Kultur. Ganz viele Leute, mit denen ich rede, gucken mich an und fragen, wie kannst du denn eigentlich mit so wenig Geld, also ich hatte in den vergangenen Jahren nicht sonderlich viel Geld, gut leben, wie schaffst du es trotzdem irgendwie, Bioprodukte zu kaufen, gutes Fleisch zu kaufen, du hast Ökostrom, wie geht das? Und das fängt dann eben dabei an, dass ich sage, ja zum Beispiel brauche ich kein Auto, zum Beispiel verzichte ich darauf, mir jedes Saison irgendwie neue, schicke Klamotten zu kaufen, sondern gucke halt, was geht gebraucht, was kann ich noch vom letzten Jahr anziehen und so weiter. Das sind so die kleinen Stellschrauben, an die man ran muss und natürlich ist das ein Stück weit ein Eingriff in das Leben, aber es ist immer gut, wenn die Leute das selber vornehmen. Also brauchen wir Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder, die das irgendwie darstellen und ich habe das Gefühl, dass da schon gerade bei jungen Leuten sehr viel passiert. Also es gibt immer Wer-Veganer, man muss nur mal in eine Buchhandlung reingehen, da ist irgendwie mittlerweile ein ganzes Regal voll, nur mit, wie koche ich mir am besten vegane Lebensmittel. Das Problem ist, dass das die gleichen Leute interessiert und die das auch leben, die sich dann am nächsten Tag den Kaffee to go in irgendeinem Shop holen und Unmengen an Plastikmüll allein dadurch wieder produzieren. Oder die gleichen Leute, die dann mit EasyJet oder anderen Billigfliegern alle paar Monate irgendwo hinfliegen. Also es ist einfach noch so, es gibt immer so zarte Pflänzchen, wo die Leute anfangen, Dinge zu ändern und auch bewusst zu leben und da an diesen Zeiten Pflänzchen muss man sie eigentlich packen und sagen, das machst du schon super und guck mal, man könnte auch noch das und das und das und das machen. Das ist ja das, was Peter Unfried als persönliche Inkonsequenz bezeichnet. Darf man den Leuten nicht einfach den Kaffee to go auch lassen? Selbstverständlich. Das ist ja die Realität. Also ich meine, das wäre ja irgendwie absurd, oder man müsste ja zumindest gemerkt haben, dass es auf diese Art und Weise nicht geht. Ich finde aber auch nicht, dass man die jetzt paternalistisch irgendwie behandeln sollte, sondern ich finde, man sollte sich erstmal selbst behandeln. Und wenn man das irgendwie hingekriegt hat, dann hat man schon eine ganze Menge geschafft. Also der Witz beim, sagen wir mal, verantwortungsbewussten Konsum oder ökologischen Konsum oder wie immer man das nennen will, ist ja nicht, dass man die Welt verändert, sondern dass man sich selbst verändert. Das ist ein Ermächtigungsprozess und der ist auch lustvoll, wenn ich das jetzt sage, sagen die Leute mir, ja, 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 schön und gut, ich glaube dir kein Wort. Ist aber so und aus dem wächst aber die Kraft und dann möglicherweise eben auch, sagen wir mal, in der Vernetzung wird das dann eben auch politisch. Das ist im zweiten Schritt. Aber der Witz ist nicht, dass wenn ich denke, ich cycle mich jetzt down, weil ich das tun muss, weil sonst geht die Welt unter, das wird irgendwie auch ohne mich erledigt. Aber es heißt auch nicht, ich kann alles machen, weil die Welt geht ja sowieso unter, sondern in dem Moment, wo ich im Grunde eine Kultur habe, die in meiner Peergroup zunächst mal auf Argwohn stößt, dann, wenn ich zwei, drei bin, irgendwie, sagen, zumindest eine Minderheit ist und dann der vierte, fünfte und sechste, der ja im Grunde immer das macht, was die Avantgarde macht, dann auch rüberkippt, dann kann ich da irgendwie eine Mehrheit organisieren. Wenn ich aber den Leuten sage, du darfst nie mehr einen Inlandsflug machen, und dann habe ich natürlich schon verloren, weil das völlig unrealistisch ist. Also möglicherweise wird es, sagen wir mal, fünf Prozent irgendwie der Bevölkerung geben, die das hinkriegen, aber die 40 Prozent, um die es geht, die kriegen es nicht hin in der Absolutheit, aber sie kriegen es hin, einen Lebensstil zu haben, indem sie selbstverständlich nach Frankfurt mit dem ICE fahren und dann sagen, du, jetzt muss ich aber mal nach München und abends zurück, da bin ich jetzt mal geflogen. Und damit kann man im Grunde Mehrheiten, sagen wir mal, organisieren. Theresa Kalmer, ist das der richtige Weg? Kommt man damit tatsächlich weiter? Ich meine, es macht ja tatsächlich Spaß mit dem Fahrrad und es macht offensichtlich sehr vielen Leuten Spaß, mit dem Fahrrad an einem Spritfresser vorbeizuflitzen, auch mal am Einkaufswagen irgendwie schnell an den Chips vorbeizurasen und in die Bio-Ecke zu gehen. Aber wie schafft man dann, stellen Sie sich vor, Sie werden irgendwann mal Fraktionsvorsitzende, wie schaffen Sie dann die Vernetzung von den Ansätzen ökologischer Lebensstile zu einem Gesamtkonzept? Ja, ich glaube, das ist halt die große Herausforderung, vor der man steht. Also ich meine, wenn ich in meinem Umfeld gerade schaue, da gibt es super viele, die vegan leben, die Secondhand-Kleidung kaufen, die sonst was machen. Und man muss halt von diesem Punkt irgendwie anderen Leuten zu sagen, hey, jetzt schaut mal, ihr solltet das auch alle machen und jetzt kaufst du aber trotzdem noch irgendwie deinen Coffee to go und schau dich mal an, das ist ja voll inkonsequent, davon wegkommen. Ja, weil das ist nämlich genau das, was bei den Leuten so dieses Besserwisserische hervorruft und auch eine Ablehnung dessen. Und ich glaube, ja, man braucht Vorbilder, aber nicht mit einem Zeigefinger. Und das finde ich halt super wichtig, weil ich glaube, und das ist dann auch, glaube ich, die Antwort auf die Frage in einem System, was meiner Ansicht nach halt an sich krank ist, was große Probleme hat, weil der Kapitalismus an sich halt einfach durch diese Vorstellung, man muss immer mehr konsumieren und man muss immer mehr produzieren, halt auch gewisse Wertmaßstäbe vorgibt. Also es ist ja gut, viel zu besitzen, es ist ja gut, viel zu konsumieren und das birgt ja auch einen gewissen sozialen Status mit sich, wenn man einerkannt werden will, zumindest im Großteil dieser Gesellschaft. Und wenn man das halt wirklich ändern will und wenn man auch wirklich alle Leute mitnehmen will, um da auch eine Veränderung hinzubekommen, muss man auch sich die Frage stellen, wie können wir das System insgesamt ökologischer und nachhaltiger gestalten, wie können wir das verändern? Und das kann man nicht als Partei alleine machen, ich glaube, da braucht man Bewegungen, da braucht man Organisationen, die da mitmachen und man muss sich halt auch konkret Forderungen überlegen, Anschlusspunkte überlegen, wenn man jetzt nicht sagt, den Kapitalismus werden wir jetzt morgen abschaffen, aber wo können wir konkrete Stellschrauben verändern, damit sich halt auf einer systemischen Ebene was verändert, damit es dann Leuten leichter fällt, auch das individuell zu leben. Also zum Beispiel, wie kann man Fleischkonsum oder Fleischproduktion verändern, wie kann man diese ganzen Agrar-Riesenställe verkleinern, wie kriegen wir mehr Bioproduktion hin, damit das auch Normalität dann in den Supermärkten wird und für alle zugänglich. Also eine grüne Bürgerbewegung sozusagen, eine neue grüne Bürgerbewegung und dann Ordnungspolitik, aber Reinhard Loske, wissen wir eigentlich wirklich, wo wir hinwollen. Sie veröffentlichen im November ein Buch, das heißt Politik der Zukunftsfähigkeit, Konturen einer Nachhaltigkeitswende. Wieso nur Konturen, warum keine Linien? Mal bescheiden sein. Ja, dann nennen Sie uns jetzt mal die Linien, wenn Sie die doch im Kopf haben. Ja, also das ist ein ganz weites Feld. Also ich habe vielleicht einfach mal zwei Themen, die ich vertieft behandle in dem Buch. Einmal ist das, was ich kooperative Ökonomie nenne. Es wurde ja gerade vom Kapitalismus gesprochen, von Ihnen. Und der Kapitalismus ist natürlich ein verdammt intelligentes Biest. Das kann man ja gar nicht in Abrede stellen. Der hat eine hohe Kapazität, Ideale in Waren zu transformieren. Dafür verachten ihn die einen und die anderen lieben ihn dafür. Also der schafft es beispielsweise, was weiß ich, den Hunger nach Authentizität zu transformieren in Vintage-Kleidung und den Retro-Möbel oder der schafft es, den Hunger nach, oder wie soll ich sagen, die Sehnsucht nach unberührter Natur in SUVs zu transformieren. Ja, also das ist ein sehr intelligentes Biest, hat aber sehr kritische, soziale und vor allem ökologische Nebenfolgen. Und deswegen setze ich mich in meinem Buch sehr, sehr stark mit einem Muster auseinander, wo ich sage, wir sollten versuchen, in unserer Ökonomie entsprechende politische Rahmendeingungen auszusetzen, kooperative Wirtschaftsformen gegenüber rein kompetitiven Wirtschaftsformen zu fördern. Das wird kein Entweder-Oder, sondern Sowohl-als-Auch werden. Ich bin also ganz im Sinne von André Gortz der Meinung, dass sie auf eine Dualökonomie zusteuern, also einen Teil der Ökonomie, der eher nach kooperativen Prinzipien organisiert ist und einen Teil, der eher sozusagen technologiegetrieben ist und so weiter. Deswegen halte ich diese Dichotomie zwischen Effizienz hier und Suffizienz dort, also der geschätzte Kollege Pech wurde ja gerade genannt, die entspricht den Realitäten nicht immer so ganz, würde ich sagen. Also das ist ein großer Strang in meinem Buch, wo ich also die Ökonomie des Teilens mir anschaue, die Ökonomie der Langlebigkeit mir anschaue, die Repair-Ökonomie, die Ökonomie der Subsistenz, die Ökonomie auch der Suffizienz, das betrachte ich durchaus auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber das ist ein Strang. Ein zweiter Strang ist der, dass ich sehr, sehr stark, das wurde ja auch schon genannt, gerade das Thema Ökologie und Freiheit zu verknüpfen, dass man Freiheit versucht, auch mal zu definieren. Also wenn Sie in der Geschichte der großen Utopien zurückgucken, damit befasse ich mich auch in dem Buch, ob es jetzt Platon, der ideale Staat, oder Thomas Morus, die ideale Gesellschaft, oder Atlantis von Francis Bacon im 17. Das war immer die Vorstellung, es wird besser, es wird besser, wir haben eine ganz großartige Zukunft vor uns und die Ökologiebewegung hat dem immer Negativ-Utopien, also Dystopien, sagt man ja auch, entgegengesetzt. Wenn man die Sprache allein, die Klimakatastrophe, das Waldsterben, der Super-Gau und so weiter, und da, wo sie nach vorne gerichtete Utopien hatte, die Ökologiebewegung, waren die Begriffe oft nicht so schön, also die Umweltzone, die Naturwaldzellen, die Sprache allein schon. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, eine Vorstellung von Zukunft zu entwerfen, ohne natürlich jetzt bis ins Detail vorzuschreiben, das wäre ja grotesk, aber eine positive Vorstellung von einer lebenswerten Gesellschaft, die es auch lernt, mit den Naturgütern so umzugehen, dass man einerseits Freude daran hat, aber andererseits auch nach vorne gerichtet leben kann und nicht nur negative, restriktive betrachtet, dass man die Natur eben auch als Faktor der Mitproduktivität sieht und nicht nur als limitierenden Faktor. Das ist sozusagen, das sind zwei Stränge in diesem Buch, aber ich werde da auch sehr praktisch, sehr, sehr praktisch, also was zum Beispiel die ökologische Steuerreform, von der ich eben sprach, wie die Ausgestaltung aussehen könnte, ich plädiere da. Wollen Sie die positiv verkaufen? Ja, ich bin ja kein Verkäufer mehr, ich bin ja jetzt Wissenschaftler, also gut, wenn man einmal ein Zoo und Politiker ist, dann bleibt man das sein Leben lang, das wissen Sie ja auch, insofern werbe ich natürlich sehr stark dafür, aber klar, das ist die Frage, die Gesellschaft muss ich insgesamt fragen, ob das die richtigen Instrumente sind, also ein paar Sachen, für die gibt es ja auch einen sehr fruchtbaren Boden, nehmen wir mal dieses Thema, was mir immer wieder begegnet, diese geplante Obsoleszenz, dass die Dinge vorzeitig kaputt gehen, dass man die Dinge so konstruiert, dass sie schnell kaputt gehen und nicht repariert werden können, ist ein großes Problem, da wird allgemein darüber lamentiert, wenn Sie in der Bevölkerung fragen, werden 90% sagen, ja, das ist eine Riesensauerei, das ist eine Riesensauerei, will ich nicht, oder die andere Umfrage, die Sie da hatten, wir müssten eigentlich weniger konsumieren, zwei Drittel sagen ja, so und das kann man aber politisch gestalten, ganz einfach, indem man Garantiezeiten von Produkten verlängert, indem man die Haftpflichtregelung so gestaltet, dass die Dinge auch halten, indem man obligatorische Beipackzettel zum Beispiel für Reparaturanleitungen, die für jedermann verständlich sind, reintut, oder dass man in den Volkshochschulen, in den Schulen, in den Berufsschulen, aber auch in den Kindergärten im Grunde genommen schon so ein Ding wie Reskilling nennen, also die Wiederbefähigung zum Reparieren von Dingen, also das, Sie merken, ich könnte stundenlang reden, will ich aber jetzt nicht, aber ich glaube, man kann viele Dinge, ganz in dem Sinne, wie es da gerade von Herrn Unfried beschrieben wurde, auf einer, ich will jetzt auch nicht krankhaft positiv, das ist alles positiv, natürlich gibt es auch Zumutungen, gar keine Frage, aber viele Dinge im Sinne von, Mensch, das könnte interessant sein und da findet man auch einen fruchtbaren Boden dafür, da muss man nicht immer eine 100% Alternative zur Realität haben, sondern es gibt in der Gesellschaft auch viele Anknüpfungspunkte, auf denen man die Dinge weiterentwickelt. Katrin Rönnecke, manche Sachen scheinen sehr einfach zu sein, werden auch einfach zu regeln, über eine Garantiezeit zum Beispiel, die andere Seite ist nicht ganz so einfach, nämlich wegzukommen von diesem Verzichtsding hin zu, das macht doch Spaß, das ist ein Leben, das nach vorne gerichtet ist. Jetzt haben wir gerade schon gehört, der SUV ist plötzlich irgendwie das Superding geworden. Wie schafft man es, dass das ökologische Leben das Superding wird? Wie schafft man es, dass man sowas kreiert, wie Marlboro es kreiert hat, den neuen Freiheitsbegriff für eine Zigarette? Wie kann man das übertragen auf die ökologische Transformation? Also ich finde, dass Tom Hodgkinson, das ist ein britischer Philosoph der Faulheit, das eigentlich super gemacht hat, also so durch die Hintertür im Grunde. Also letztendlich geht es ihm darum, faul zu sein und Müsiggang, Anleitung zum Müsiggang heißt das Buch, zu predigen und am Ende ist er ein sehr ökologischer Mensch, weil er einfach sagt, naja, also ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, mein ganzes Leben lang acht bis zehn Stunden am Tag zu arbeiten, nur damit ich irgendwie mir die ganzen Sachen kaufen und leisten kann, die man sich angeblich alle kaufen und leisten können muss. Und er macht ganz konkrete Vorschläge, wie ein viel entspannteres, viel lustigeres, viel schöneres Leben mit weniger Arbeit und so weiter aussehen könnte. Das ist natürlich absolut antikapitalistisch, also sagt er aber so nicht, sondern er verkauft es auf eine sehr lustige und sehr spaßmachende Art und Weise und im Grunde ist das die Anleitung. Es ist eine Anleitung zum Müsiggang, es heißt nicht Anleitung zum ökologischen Leben oder Anleitung zum Verzicht, sondern Anleitung so, hey, wir sind eigentlich alle total faul und wir haben eigentlich alle keinen Bock auf diesen Stress, den diese Zeit die ganze Zeit mit sich bringt, dann lasst uns einfach mal gucken. Wir richten uns einfach zu Hause so ein, dass wir es gemütlich haben, dass es schön ist und wir gucken, dass wir Ausflüge in den Wald machen anstatt irgendwelche Urlaube nach, was weiß ich, die irgendwelche tausende von Euro kosten, sondern wir haben eine Zugfahrtkarte, die kostet nur vielleicht 50 Euro im Monat und dann fahren wir da immer mal raus und da draußen kann man auch viel entdecken. Wir müssen nicht in den Zoo gehen, sondern wir legen uns einen Hund zu, der erzieht dann auch gleich die Kinder ein bisschen mit. Also es ist einfach so sehr, sehr pragmatisch, sehr lustig und ich glaube, genau so kann es eben funktionieren. Das ist natürlich für eine politische Partei schwierig, die muss mit Forderungen arbeiten. Theresa Keimer gleich mal fragen, kann man mit der Anleitung zum Müßiggang Politik machen oder wie schafft man es sonst Konsumkritik, aber auch das grüne Freiheitsverständnis zusammenzubringen? Also ich glaube, auf jeden Fall kann man damit Politik machen und ich finde das halt auch sehr, sehr wichtig, dass man sich diese Anleitung zum Müßiggang, dieses insgesamt weniger Arbeiten vor allem auch, dass man sich das auch als politisches Ziel setzt und ich meine, die Grünen machen das ja gerade mit dem etwas komischen Begriff Zeitpolitik, sich genau anzugucken, okay, wo stehen wir denn eigentlich gerade und wie gestalten sich eigentlich Menschen ihr Leben oder wie müssen sie sich gestalten? Und das ist halt für viele Menschen Normalität, von morgens bis abends zu arbeiten, nach Hause zu kommen, dann noch irgendwelche Bescheide zur Post zu bringen und dann zu schlafen und am nächsten Tag wieder das Gleiche von vorne und dann fragt man sich, okay, wo bin eigentlich ich? Was mache ich? Wo sind die Sachen, die mir eigentlich Spaß machen und warum habe ich eigentlich keine Zeit mehr für diese Dinge und wenn man das halt insgesamt runterfährt und irgendwie klar macht, es gibt auch noch andere Werte, also wir müssen uns jetzt nicht in so einen Leistungsdruck begeben und alle mal schauen, okay, wo können wir noch schneller weiter in der Karriereleiter hoch sprinten, sondern wo können wir halt auch gemeinsam irgendwie kleine, schöne Erlebnisse haben und uns auch dafür Zeit schaffen, dann hat das natürlich auch sofort einen ökologischen Touch, weil man halt weniger produziert, weniger konsumiert, viel mehr zusammen macht und ich glaube, da ist man gerade auf einem guten Weg, diese Idee auch umzusetzen. Peter und Fred, ist das wirklich der richtige Ansatz zu sagen, wir müssen mehr über unser Leben nachdenken, über die eigenen Werte, wo doch die Welt gerade aus den Fugen gerät? Kann man das dann wirklich so, ich sage mal, egozentrisch durch argumentieren? Ja, also ich würde mal sagen, das ist ja unsere Hauptbeschäftigung, über unser Leben nachzudenken, das machen wir ja ständig und obsessiv und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass man das weniger machen sollte. Mein Punkt ist im Grunde eben, dass sozusagen dieses in diesem ständigen Nachdenken über uns selber, dass wir diese Dimension im Grunde seltenst drin haben und das meint jetzt speziell auch das politisch linke Spektrum, ich kenne ganz viele Leute, die dann irgendwie sagen, ich habe so viel zu tun, ganze Ungerechtigkeit der Welt, also kann ich mich jetzt auch noch nicht mit der Umwelt beschäftigen und da sage ich immer, du Vollspacko, das ist nicht die Umwelt, da geht es um die Zukunft der Gesellschaften, aber das erreicht die zwar rational möglicherweise, aber emotional und kulturell merke ich, dass sie das nicht erreicht und sie haken das ab als etwas, worum sich die Ökos bitte mal schön kümmern sollen, aber sie haben irgendwie anderes zu tun und das ist der Punkt, wo ich sage, das kann doch nicht sein, dass im Grunde ein größerer Teil der Gesellschaft, der wirklich ein breites Werteportfolio hat, dass er diesen Wert nur sehr mager im Grunde in das tägliche Leben auch integriert hat und der eine Grund ist natürlich, das wissen Sie ja alle, im Grunde, dass sozusagen die Leute, die das irgendwie auf die Reihe kriegen sollen, selber ja die größten Schweine sind, also im Grunde die Leute, die den größten Ressourcenverbrauch haben und das eben auch, sagen wir mal, jetzt im Kopf so ein Grund ist, warum man das Thema natürlich am liebsten ausschließt, weil man das nicht wirklich auf die Reihe kriegt und deswegen habe ich eben diesen Begriff der provisorischen Moral übernommen, weil der zwar nicht dazu führt, dass ich irgendwie sofort auf drei Tonnen oder eine Tonne irgendwie im Jahr CO2 runterkomme, aber ich werde zumindest handlungsfähig, weil ich aus diesem Permanenten, eigentlich müsste es ja anders laufen, aber mein Alltag ist so, dass ich jetzt nicht kann und dreimal im Jahr möchte ich ja bitteschön auch in Urlaub und zehn Prozent von meinem Gehalt abzugeben, wie stellt ihr euch das eigentlich vor, ich muss ja das und das und das und meine Kinder und so weiter, dass man aus diesem Hamsterrad, dass man sich auch noch selber gemacht hat, also es gibt es auch, aber man hat es sich auch selber gemacht, rauskommt und zumindest mal diese Option überprüft, wo bin ich eigentlich handlungsfähig, was macht das mit mir, inwiefern geht es mir dann tatsächlich besser und wo ist das dann anschlussfähig, möglicherweise eben an gesellschaftliche Verbesserung, aber wenn sie das nicht haben, dann wird auch keine gesellschaftliche Dynamik geben, weil das dann immer nur in diesen manche Leute leben ökologisch und andere Leute leben nicht ökologisch und die einen sind gut und die anderen sind böse und so kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter, Schritt für Schritt, habe ich verstanden, kann man das aber angehen und das ist nicht nur Sache von ein paar Ökos, sondern von allen. Die Frage ist, wenn man so will, kann man das derzeit ruhig sagen, schaffen wir das, eine neue Klimakultur zu etablieren und ich würde mich freuen, wenn es jetzt Fragen oder Anregungen aus dem Publikum geben würde. Wer möchte beginnen? Gern. Danke, ja Eva Quistorp, ich komme aus den Uraltzeiten der Grünen und der 68er zur Konsumkritik und freue mich, dass der Reinhard sozusagen immer noch an ähnlichen Ecken denkt und auch meiner Ansicht nach etwas Wesentliches macht, nämlich radikale Kritik mit Reformen und pragmatischen Ansätzen, sowohl im theoretischen wie praktischen Denken verbinden. Worüber ich mich gerade gefreut habe, Theresa, also außer auch über ihren Beitrag sozusagen der Jugend ist, dass dir das anscheinend auch nicht so gefällt mit der Zeitpolitik. Also ich muss sagen, ich reg mich schon seit mindestens fünf oder sieben Jahren, seitdem dieser Begriff, der ja aus dem Meni, also ihr machtet hier gerade Kapitalismuskritik, natürlich aus dem Effizienzmanagement und aus der flexiblen neoliberalen sogenannten Arbeitsgesellschaft kommt, dass der einfach so gedankenlos bei den Grünen übernommen wurde und der ist teilweise auch noch von den feministischen Strömungen klar, also die Frauen, die Karriere machen wollen, Zeitmanagement, da ist es zu langweilig über Kinderküche, Kirche und Work-Life-Palace zu reden, redet man über Zeitmanagement. Ich finde den Begriff unmöglich, weil er furchtbar viel verschleiert, soziale und ökologische Fragen vollkommen verschleiert und an so wunderbare Worte wie Müßiggang oder wie nennst du das, pro-historische Moral, also alle anderen Begriffe, die vielleicht klarer machen können, wo Handlungsalternativen liegen und wo man auch Lobbys oder Solidarität entwickeln könnte, eigentlich wegwischt, also wenn du da nochmal drauf eingehen könntest. Ja, also ich glaube, dass der Begriff der Zeitpolitik nicht alle Komponenten dieses Themenfeldes aufnimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch Bemühungen, dass man diesen Begriff auch nochmal ändert, damit er auch verständlich wird, weil ich glaube, wenn man den Begriff Zeitpolitik in den Raum wirft, viele Menschen erstmal gar nicht wissen konkret, was da drunter verstanden wird und das ist auf jeden Fall ein Problem, aber ich glaube, dass die Punkte, die da drunter gerade diskutiert werden, sehr, sehr wichtig sind. Und dass das auch einfach Themen, also weil sie verschiedene Themenfelder mitnehmen und eigentlich auch einen Querschnitt durch viele Politikfelder darstellt, halt auch viele große Fragen letztlich stellt. Also wie können wir halt auch Arbeitszeit insgesamt verkürzen? Wie ist das möglich? Wie können wir das auch mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Menschen besser gestalten? Wie können wir auch einfach ein ganz anderes Verständnis von Freizeit zum Beispiel in dieser Gesellschaft etablieren, dass es normaler wird, auch mal nichts zu tun, zum Beispiel. Reinhard Loske möchte gerne noch was dazu sagen. Ich wollte nur kurz sagen, Eva, danke für das Kompliment, weil du sagst, dass du noch an den Themen Überlegungen arbeitest. Also ich unterscheide das so, es gab in den 70er Jahren eine erste große Welle der Wachstumskritik. Die speiste sich aus verschiedenen Quellen, nicht nur aus dem Club of Rome 72 über die biophysikalischen Grenzen des Wachstums, sondern auch Erich Fromm 75 haben oder sein, also die kulturelle Frage. Es war eine sehr stark, vielleicht war die sogar wirkungsmächtiger. Dann wurde die in den 80er, 90er Jahren aus den Gründen, die ich eben skizziert habe, sozusagen technokratisch überwölbt und weggedrückt. Sie kehrt aber jetzt wieder. Wir haben eine zweite Welle der Wachstumskritik, aber der Hauptunterschied zwischen der ersten und der zweiten, dass die erste in ihrer Grundtonalität, wie ich fand, eine eher kulturpessimistische Grundhaltung zum Ausdruck brachte, während diese zweite jetzt, ich möchte fast sagen, eine kulturoptimistische Sichtweise, wenn ich mir die ganzen Initiativen so anschaue, ohne die jetzt zu idealisieren oder auch in ihrer ganzen Ambivalenz, ob es jetzt diese Sharing-Geschichten sind oder Transition Towns oder was es aller Orten gibt, Energiegenossenschaften und so weiter, da wird aus einer radikalen Wachstumskritik eine gesellschaftliche Vorstellung entwickelt und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu Grun und solchen Leuten. Die waren ja sehr negativ und sagten, der Mensch wird früher oder später zur Hölle fahren, wenn er an diesem Wachstumswahn festhält, das war die Botschaft und die war ja auch durchaus richtig, die Zahlen waren ja beängstigend genug, ein Planet wird geplündert und anderes mehr, aber ich finde schon, dass man sagen kann, diese zweite Welle der Wachstumskritik hat eine optimistischere Herangehensweise an Zukunft und das begrüße ich eigentlich und deswegen macht mir das auch sehr viel Spaß an dieser Fragestellung zu arbeiten, muss ich sagen, also das ist nicht irgendwie nach dem Motto, man will ein paar alte Gedanken noch rüber retten in die Gegenwart, sondern ich glaube, sie brechen sich auf neue Weise Bahn, nicht? Also das ist nicht irgendwie so eine Retro-Nummer, nach dem Motto, gut, dass wir da einen 70er anknüpfen können, sondern es ist wirklich eine interessante gesellschaftliche Entwicklung, die stattfindet und real stattfindet. Kathrin Rönneke möchte auch gerne noch was sagen. Ja, es ist natürlich auch purer Pragmatismus. Was wir erleben ist ja gerade, dass die, meine Generation hat viel weniger Vermögen und auch viel weniger Einkommen als die Generation meiner Eltern zum Beispiel. Also da nimmt ja auch ein bisschen was ab. Die Mittelschicht schrumpft, haben wir gerade vor ein paar Wochen kam wieder die Studie. Also dieses Wachstum hält ja nur noch für einige weniger an und ein großer Teil der Gesellschaft kann ja an diesem Wachstum irgendwie gar nicht teilhaben. Und daraus entsteht, und das ist dann halt durch die Hintertür das Ganze, genau diese, ja okay, ich kann mir kein Auto leisten, dann mache ich halt irgendwie Carsharing. Oder ja okay, ich kann mir jetzt irgendwie kein Hotel leisten, dann gibt es eben solche Entwicklungen wie Airbnb. Es geht diesen jungen Leuten, die sind sehr pragmatisch, also die wollen gerne schöne Dinge erleben, die wollen gerne Sachen zusammen unternehmen und so weiter und so fort. Und die finden ihre Wege. Da entstehen dann auch irgendwelche Apps auf diesen Smartphones, die Leute zusammenführen. Der eine hat das eine Werkzeug, der andere hat das andere Werkzeug. Also gibt es da auch schon wieder Sharing. Es muss nicht jeder die Bohrmaschine zu Hause haben. Es muss nicht jeder alles zu Hause haben. Und die empfinden das gar nicht als entbehren, sondern Menschen kommen ja auch wieder zusammen. Das ist dann wieder das, was ich aus dem Osten kenne. Und das funktioniert zunehmend einfach auch aufgrund, weil das Wachstum bei den jungen Leuten gar nicht mehr so ankommt. Und es ist nicht schlimm. Also die jungen Leute beweisen damit auch gerade, dass es ohne dieses ständige Wachstum, ohne immer mehr Geld auch funktioniert. Es gibt zwei Meldungen aus dem Publikum. Einmal der Herr im blauen. Ja, Stadermann vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Ich denke auch, es geht doch um Handlungsmöglichkeiten und Alternativen. Und da sind wir doch auch ganz gut vorangekommen, denke ich, an vielen Stellen. Ich meine, wenn ich kein Auto fahren will, dann fahre ich eben Fahrrad. Bloß dafür brauche ich dann eben auch Fahrradwege. Und dafür muss ich die Politik dann eben einsetzen. Oder eben, wenn ich die industrielle Landwirtschaft nicht weiter befördern will, dann möchte ich gerne im Bioladen einkaufen. Gibt es ja mittlerweile auch. Was sich erst in den letzten Jahren getan hat, ist ja, dass man mit dem Zug auch bis Madrid fahren kann, in vertretbaren Zeiten. Das ist nämlich nicht so selbstverständlich. Das war über lange Zeit, war fast eine Woche unterwegs oder so ähnlich. Und das ist etwas, was sich immer wieder an die Grüne Partei eben auch richten möchte, diese Handlungsmöglichkeiten zu finden, um mir auch einen ökologischen Lebensspiel zu ermöglichen. Der ist natürlich mit Investitionen verbunden, aber nicht unbedingt mit Wachstum. Jemand auf dem Publikum dazu kurz was sagen? Dann bitte. Genau. Ja, erstmal vielen Dank für Ihre Beiträge. Ich fand, also sehr, sehr ermutigend und auch irgendwo bestärkend, diese pragmatischen Schritte, wie eben über einen Nebenweg, der hoffentlich irgendwann zu einem größeren, breiten Weg geht, man pragmatisch zu einem viel ökologischen Lebensstil kommt. Ich wollte Sie nochmal fragen, Herr Luske, Sie sprachen vorhin etwas an, was mir auch sehr aufstößt, dass die Grünen sich immer mehr in eine technologische, in den technologischen Weg der ökologischen Verbesserung begeben haben. Und das ja, wie wir führen, wie wir gesehen haben, dazu führt, dass letztlich wir nichts gewonnen haben, weil dann auf einer anderen Schiene immer mehr, mehr wird und der Output einfach nicht reicht. Sie meinten eben, dass die Kulturpolitik, das hatten Sie auch angesprochen, das Soziale, die Kultur der ökologischen Verwandlung, Umwandlung, Transformation, dass die nicht stattfindet. Was hätten Sie für Ideen, wie die Grünen dazu zurückführen können? Denn das ist etwas, was mir aufstößt, wo ich schon manchmal gar nicht mehr die Grünen wählen möchte, weil ich mich da verraten fühle. Herr Luske, wollen Sie sofort was sagen oder wollen Sie Ihr Buch empfehlen? Also, es sind zwei Dinge, die ich mir gemerkt habe. Ich wollte gerne nochmal an den Beitrag von Frau Rönneke und dann die Frage anknüpfen. Also, dass bei dieser ganzen Ökonomie des Teilens, nehmen wir mal die, die Sie gerade skizziert haben, dass da manches aus der Not geboren ist und manches aus der Freude am Neuen oder aus der Lust am Gemeinsamen wirken, das ist tatsächlich so. Und da wir ja heute irgendwie auch über den Niedergang der DDR sprechen, ich habe mir im Vorfeld gesagt, was erzählst du eigentlich gleich, wenn die hier hinkommen sind. Da habe ich mir hier aufgeschrieben, bestimmte Analogien, was heute Repair-Cafés heißt, hieß früher sozialistische Nachbarschaftshilfe. Was heute Tauschringe heißt, ist früher, man tauscht ein Sack Zement gegen das Kacheln des Badezimmers. Oder was heute Subsistenz heißt, heißt früher, dass man die Sachen, die an den Bäumen wachsen, einweckt und Marmelade macht. Nicht nur im Osten, auch im Westen natürlich. Oder die Sharing Economy, die gab es in der Landwirtschaft der DDR, gab es die schon lange. Das waren die Maschinenstationen, die MSTs und so weiter. Ich habe meine Diploma damals über die Umweltprobleme in der DDR geschrieben, deswegen kenne ich mich da ein bisschen noch aus. Das heißt, viele Dinge haben eigentlich gar nichts jetzt zu tun mit Kapitalismus, Sozialismus, sondern sind im Menschen angelegt. Dieses gemeinsame Wirkenwollen, dieses gemeinsam wirksam werden wollen und so weiter. Und auf der Strecke kann man, glaube ich, vieles stimmen. Und die Politik kann das nicht erzeugen, aber die Politik kann förderliche Rahmenbedingungen für solche Dinge schaffen. Und das habe ich in meiner Zeit als Senator in Bremen auch wirklich exzessiv betrieben, soweit das möglich war, dass man gesagt hat, man solche Dinge wie, was weiß ich, Übergangsnutzung für freistehende Immobilien oder Bauteilebörsen oder Carsharing-Stationen, Privilegierung im öffentlichen Raum und so weiter. Da kann man sehr viele Akzente setzen, glaube ich. Das ist ein Punkt. Der knüpft auch direkt an Ihre Frage. Was würde ich da empfehlen? Ich meine, wie gesagt, ich will jetzt keinen grünen Bashing betreiben, aber ich weiß genau, was Sie meinen. Diese Reduktion der gesamten ökologischen Debatte auf grünes Wachstum, das ist einfach zu wenig. Also das ist so, ich würde mal fast provozierend sagen, das läuft fast von selber. Und dann noch am Wegesrand stehen, das zu bejubeln und zu sagen, das haben wir in die Welt gebracht, das ist zu wenig. Ich glaube schon, dass die Grünen viele Verknüpfungen wiederherstellen müssen. Nehmen wir mal, das wurde jetzt mehrfach genannt, das Thema Arbeit. Arbeit. Ja, oder Zeitpolitik wurde gesagt. Das ist so, wenn man mal in der Geschichte der Bundesrepublik nach 1945 guckt, es gab immer diese Agenda über Arbeitszeitverkürzungen. In den 50er, 60er Jahren ging der Kampf um die 5-Tage-Woche. Samstags gehört Papi mir, es waren ja noch vor allen Dingen Männer. In den 70er Jahren der Kampf um die 40-Stunden-Woche. In den 80er Jahren der Kampf um die 35-Stunden-Woche. Alle wurden erfolgreich geführt. Und es war immer ein Gedanke dahinter, nämlich dass man Produktivitätsfortschritte in der Ökonomie auf zweierlei Weise weitergibt. Einmal in Form höherer Löhne, aber auch in Form reduzierter Arbeitszeiten, damit Menschen auch das andere leben können. Die Familie, die Freizeit, die Freunde, die Gartenarbeit oder nur die Muße. Von der war ja auch schon die Rede. So, und bitte? Die Pflege. Ja, das ist ja auch nochmal wieder ein anderes Thema, aber ich weiß, was du meinst. So, und auf dieser Strecke weiterzuarbeiten, zum Beispiel systematisch nachzudenken, wäre vielleicht ein Grundeinkommen der richtige Weg, um den Leuten zu ermöglichen, dass sie sich ihnen angemessen erscheinendes Set an Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Eigenarbeit, gesellschaftlichem Engagement, kulturellem schaffen und so weiter zusammenstellen. Das ist eine Strecke, wo ich sage, okay, versuch doch mal da, ich nenne das in dem Buch, da beschreibe ich das auch, ökologisches Grundeinkommen nenne ich, muss man nicht genau so machen. Aber diese Ansätze auf der Strecke, eine politische Partei muss ja immer auch den Anspruch mindestens haben, ein Resonanzraum für gesellschaftliche Entwicklungen zu sein. Und das würde ich den Grünen empfehlen, auf der Strecke weiterzuarbeiten. Und eben, das kann man ja alles machen mit der Energiepolitik, mit den Erneuerbaren, mit der Energieeffizienz, das muss man auch alles machen. Das ist Schwarzbrot, ja. Aber ein bisschen mehr sollte es schon sein. Theresa Kalmer, da gibt es viel für Sie zu tun. Aber bevor ich zu Ihnen komme, noch mal ganz kurz. Peter, da wurde eben gesagt, die Politik muss Handlungsmöglichkeiten schaffen. Im Bundesverkehrsministerium sitzen weniger Leute für an dem Ausbau der Radwege als an den Elektromobilitätsautos, um die auf die Straße zu bringen. Das sind vielleicht acht oder sechs Leute, die sich mit Radwegen beschäftigen. Wie kriegt man die Politik dazu, solche Dinge, die ja offensichtlich auf der Straße liegen, weil es so viele Fahrradfahrer mittlerweile gibt, dafür auch den Rahmen zu schaffen? Na gut, das ist jetzt natürlich jetzt eine schwierige Frage. Kann ich nur noch mal wiederholen im Grunde, was ich gesagt habe, dass man eben eine Teilgesellschaft braucht, die das tatsächlich will und die das auch lebt und die in der Lage ist, auch mit den bekannten Instrumentarien irgendwie sich das zu holen, was sie auch tatsächlich will. Aber mir geht es darum, was ich gerne noch gesagt haben möchte, mir ist noch nicht ganz sicher, ob das irgendwie im Raum irgendwie jeder sozusagen jetzt verstanden hat, was ich eigentlich mit Klimakultur meine. Was für mich die Voraussetzung ist dafür, dass man handlungsfähig wird. Also ein Beispiel, ich sehe ein paar Windräder im Abendlicht schimmern auf einem Hügel und mir geht das Herz auf, weil ich denke, wow, was für ein wunderschöner Anblick. Und ich weiß natürlich, dass das nicht, speziell jetzt auch im Föto und in anderen Bereichen, nicht mehrheitsfähig ist, weil die Leute denken, diese Windräder, die verschandeln doch jetzt hier die Aussicht und eigentlich haben wir doch seit der Romantik andere Vorstellungen. davon, was schön ist, das ist für mich schön, weil das ist etwas, was ich sehen möchte, das ist etwas, was für mich Zukunft beinhaltet. Wenn ich das sehe, dann weiß ich irgendwie, dass das ein Weg ist, wie man in die Zukunft kommen kann. Aber wenn sie das nicht spüren, wenn sie nicht denken, wow, schön, sondern wenn sie denken, ja, ist ja sicherlich schon wichtig, weil die Energiewende irgendwie braucht es, aber irgendwie ist das nicht in Ordnung, weil schöner wäre es, wenn wir irgendwie Tagebau hätten und alles kaputt machen würden oder keine Ahnung, Atomkraft, wenn die Luft geht oder was auch immer. Also dieses Gefühl, was viele Leute noch haben, das muss man überwinden und das überwindet man nur, indem diese Kultur bei Leuten tatsächlich wächst. Das kann man nicht mit Pädagogik, nicht mit Moral und auch nicht, wenn irgendwie eine Partei sagt, wir machen das jetzt aber so. Und diese Dynamik in unterschiedlichen Systemen, die im Grunde so nebeneinander her, vor sich hinvegetieren, da muss man einen Weg finden, dass diese Systeme sich gegenseitig dynamisieren und es hat bis zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand in der Form geschafft, wie man es eigentlich bräuchte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Herr Salkalmer, wie kommen wir zu mehr Handlungsalternativen und dazu, dass die Politik diese schafft und die Rahmenbedingungen dafür schafft? Ich glaube, also was mir gerade von allen Parteien zu wenig ist, ist es auch wirklich diese großen Fragen der Zeit aufzuwerfen und sich damit auch zu beschäftigen und da auch dann Alternativen, Handlungsalternativen vorzuschlagen. Also gerade auch zum Beispiel, wenn ich das Thema Agrar nochmal nehme, also mir reicht es halt zum Beispiel nicht zu sagen, wir wollen für alle Schweinchen ein schönes Leben vor dem Schnitzel haben, ja, weil das hat die große Frage eigentlich über Fleischkonsum, wie viel konsumieren wir eigentlich an Fleisch, überhaupt nicht mehr stellt oder vielleicht so im Unterton mitschwingen lässt. Aber halt, also ich glaube, dass man halt mutige Forderungen braucht, auch Forderungen, wo viele Leute sagen, Gott, was wollt ihr denn eigentlich, um überhaupt in die Diskussion zu kommen. Weil wenn man immer nur nette Forderungen stellt, bei denen halt irgendwie die meisten denken, okay, das ist ja nett, dass ihr das fordert, aber mich interessiert das eigentlich nicht so wirklich, dann kommt man halt auch nicht in die Debatte. Und um halt auch irgendwie viele Leute zu mobilisieren, ich glaube, das ist halt immer so ein reziproker Austausch, ja, also die Politik, was auch immer das ist, die Politik, aber Parteien oder PolitikerInnen alleine schaffen das halt auch nicht, ne, man braucht eine Bevölkerung, man braucht eine Bewegung, die da dahinter steht, die das auch stützt und die das auch mitträgt. Und dafür braucht man auch, ja, einen diskursiven Austausch. Und dafür braucht man Forderungen, die, ja, spitz sind, die mutig sind. So, was Grüne halt früher auch gemacht haben, ja, als ich meine, zum Beispiel die Frage Atomausstieg, da haben viele Leute am Anfang gesagt, ja, spinnt ihr jetzt eigentlich? Und trotzdem hat man das weitergemacht und weitergemacht und ja, und dann hat man das nämlich irgendwann umgesetzt. Und das muss man bei anderen Fragen halt auch machen und da auch sagen, okay, dann sind wir jetzt halt nur zehn Prozent. Ja, aber Glaubwürdigkeit und bei Überzeugung bleiben. Es gibt die Chance auf die letzte Frage oder Anregung. Möchte noch jemand aus dem Publikum? Gerne. Ja, also ich würde auch gerne auf Antonio Gramsci noch zu nennen. Also ich möchte Antonio Gramsci deshalb nennen, das ist ein marxistischer Denker, der meint, dass politische Revolutionen ja nur geschehen können, wenn eine Zivilgesellschaft hinter dieser Revolution steht. Und hier konkreter würde das dann heißen, dass politische Entscheidungen ja nicht durchgesetzt werden können, wenn diese grüne Kultur nicht da ist, also wie Sie ja auch schon gesagt haben. Aber dann müsste man ja auch über zivilgesellschaftliche Muster diese grüne Revolution durchsetzen. Das heißt also politische Stiftungen oder auch in der Zivilgesellschaft, also Intellektuelle, die das dann an die Gesellschaft tragen. Und deshalb finde ich diese Verknüpfung auch sehr wichtig, dass also politische Parteien müssen radikal sein, weil sonst gehen ihre Werte ja verloren. Aber diese Radikalität, wenn es dieses Wort gibt, muss sich dann auch ummünzen in zivilgesellschaftliche Verbündete, also die dann versuchen, diesen Lebensstil auch vorzuleben, ja, Vorbilder dann auch. Es ist eben eine Sache von allen. Ganz kurz, dürfen Sie was dazu sagen? Sachen fallen mir ein zu. Antonio Gramsci fällt mir vor allen Dingen ein, radikal pessimistisch in der Analyse und radikal optimistisch im Handeln. Das war ja sein Grundmotto und das finde ich eigentlich eine sehr geeignete Grundorientierung. Der zweite Punkt, was Sie gesagt haben, das Wechselspiel zwischen Gesellschaft und Individuen auf der einen Seite und Politik, formaler Politik auf der anderen Seite, da muss man genau hinschauen. Das sind meistens Diffusionsmuster, wie Dinge aus der Nische in den Hauptstrom hineinwachsen. Die erneuerbaren Energien sind das klassische Beispiel dafür. Die kommen nicht aus den Entwicklungsabteilungen der großen Industriekonzerne, sondern die kommen von Freaks, von Tüftlern, von Landkommunaten, von Leuten, die die Schnauze voll hatten, von diesen zentralistischen, monopolistischen, nuklearen Energieversorgungsstrukturen und angefangen haben, was zu ändern. Ja, dann sind die, dann hat es sowas gegeben wie wechselseitiges Lernen, es sind mehr geworden, dann fingen im Handwerk Einzelne an, sich damit zu beschäftigen. Dann hat die Politik das erste Mal 1991 dann das Strom-Einspeisungsgesetz gemacht, dann wurde das mehr, da waren wir aber immer noch im Bereich von zwei, drei Prozent. Ja, dann fingen erste Industrien an, sich damit zu beschäftigen. Und dann hat die Politik 1999, 2000 einen mutigen Schritt gemacht, hat das Erneuerbare-Energien-Gesetz gemacht, heute sind wir bei, na wo sind wir, irgendwie zwischen 25 und 30 Prozent Anteil an der Stromerzeugung. Das heißt, dieses Wechselverhältnis zwischen Gesellschaft und Individuen und Pionieren auf der einen Seite und politischen Rahmenbedingungen, das ist kein entweder oder, so nach dem Motto, entweder Lebensstil verändern oder politische Rahmenbedingungen verändern, sondern es verhält sich dialektisch zueinander oder wechselseitig zueinander. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen, um Prozesse wirklich aus der Nische herauszuführen. Vielen Dank. Peter Unfried, möchte ich noch kurz was sagen? Ja, wir sind jetzt, glaube ich, am entscheidenden Punkt mit der Revolution. Das muss man eben immer bedenken. Also Revolutionen werden von Leuten gemacht, die wenig haben und mehr haben wollen. Wir sind Leute, die mehr haben und nicht weniger haben wollen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Revolution von uns gemacht wird, ist sehr gering. Sie wird wahrscheinlich von anderen gemacht werden. Es sei denn, wir verstehen, dass wir dann mehr haben, wenn wir die sozial-ökologische Transformationen machen und das ist Klimakultur. Peter Unfried, vielen Dank. Theresa Kalmer, herzlichen Dank. Reinhard Loske, ganz herzlichen Dank. Katrin Rönnecke, ganz herzlichen Dank. Matthias Platzeck, heute SPDler, aber 1989 Gründungsmitglied der Grünen Liga und auch mal für die Grüne Partei Minister in der DDR, hat mal gesagt, ich habe das Zitat nicht mehr genau gefunden, aber ich habe es ungefähr so im Kopf. Wir wollten Demokratie und bekamen Aldi. Das kann nicht alles gewesen sein. Wir haben rausgearbeitet, es braucht sozusagen eine neue Bürgerbewegung. Herzlichen Dank auch Ihnen im Publikum. Es geht hier sofort weiter. Herzlichen Dank.